und nur vor dem Hintergrund der Versklavung oder der abhängig gemacht werden durch das Objekt Klein A, damit man diese Aufzuchtsgehilfenleistungen und diese Zeuglingsfunktionen auch wahrlich abzuliefern, sich gedrängt fühlen würde, jederzeit als Minnesänger oder als Maso-Dominanz-Hengst erklären, warum Lacan sagen kann, das muss die schönste Zeit ihres Lebens gewesen sein im Gefängnis, als nämlich in so einer eingesperrten Sau-Budde, sagt man in Süddeutschland, keine Chance zu haben, das Objekt Klein A zu finden und somit vielleicht dem Zwang zu entkommen, immer auf der Hetzjuch-Suche nach diesem verlorenen Objekt sich aufmachen zu sollen, da man eh nicht vom Fleck kommt.